So, meine Lieben, legt euch auf den Rücken. Das war ein ordentliches Training jetzt. Ich schwitze noch immer richtig nach. Wahnsinn. Weltklasse war es. So, jetzt kommt das angenehme Stretching. Leg dich auf den Rücken, zieh beide Fersen zur Popo an, Arme breit und wir machen so eine Rechts-Links-Bewegung und wir lockern schön das Kaisers. Vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Die Fußsohlen bitte zusammen, die Knie auseinander und wir pumpen so ein bisschen nach außen. Wir pumpen so ein bisschen nach außen. Das Hüftgelenk schön rauslockern. Hüfte locker, 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 locker. Vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Beine schließen wieder und wieder so rechts-links. Rechts-links. Du merkst so richtig, wie das Kreuz locker wird. Noch vier, noch drei, zwei, eins. Sehr schön. Und wir nehmen beide Knie und wir öffnen und schließen. Wir machen so Kreisbewegungen. Wir öffnen und schließen. Genau. Vier, drei, zwei, eins. Wir schließen die Knie und kommen nach links. Rüber nach links. Deine linke Hand bleibt am Boden, deine rechte Hand zur Decke öffnen. Und wir machen so schöne Zu- und Aufbewegungen. Vorne schließen, nach hinten öffnen. Vorne schließen, nach hinten öffnen. Genau. Und jetzt mach wirklich den Rücken auf. Richtig aufmachen den Rücken. Noch vier, drei, zwei, eins. Jetzt bleiben wir offen. Komm, wir bleiben offen. Noch vier, noch drei, zwei, eins. Du nimmst mit deiner oberen Hand das obere Bein am Fußgelenk. Ziehst die Ferse und das Knie nach hinten. Und du legst dich so ein bisschen drauf. Leg dich so ein bisschen drauf auf das Bein. Schau, dass das Bein gebeugt ist und du stückst dich hier hinten mit dem Rist ab. Ja, genau. Es kann sein, dass das ein bisschen unangenehm ist, wenn die große Zehne da so abgebogen wird. Ja, aber das ist gerade alles gedehnt. Ja, genau. Ja, genau so. Bisschen drauflegen. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Eins. Und locker lassen. Super. Sehr schön. Fuß holen wieder zusammen. Und die Knie so ein bisschen öffnen. Knie öffnen. Wieder locker, 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 locker. Du merkst so richtig, wie das schön öffnet in der Hüfte. Wie das schön locker wird. Genau. Vier. Drei. Zwei. Eins. Beine schließen. Und noch einmal bitte so rechts. Die Arme immer ganz breit. Und versuch mit den Oberschenken, wenn möglich, bis zum Boden zu kommen. Die Schultern, wenn möglich, bleiben am Boden. Genau. Vier. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und jetzt die Knie rüber nach rechts. Deine linke Hand ist jetzt oben. Und du schließt wieder voll. Und du machst nach hinten auf. Und du versuchst dich immer komplett hinzulegen. Ja. Ja, genau. Schön öffnen, öffnen, öffnen. Ich mache diese Übung jetzt relativ oft, denn ich habe bemerkt bei mir. Das hilft mir irrsinnig, das Kreuz auszulockern. Und der ganze Rücken wird schon weicher, beweglicher. Genau. Drei. Zwei. Eins. Und wir öffnen und wir bleiben jetzt liegen. Ja. Und du schau mal. Meine linke Schulter ist am Boden. Ja. Genau. Wenn das Knie hochkommt, du kannst auch mit dem unteren Bein dann ein bisschen nachhecken. Genau. Ja, genau. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und du greifst mit der linken Hand das linke Bein am Fußgelenk. Du ziehst das Bein nach hinten. Und schön, meine Lieben, ein bisschen nachher. Ein bisschen nachher. So ein bisschen nachher. Und du ziehst das Bein. Ja, genau. Zehn. Neun. Ein. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr schön. Gut. Leute, die Knie noch einmal nehmen. Ja. Und noch einmal kreisen. Noch einmal kreisen. So. Ja. Auf und zu. Hüfte auslockern. Super. Richtungswechsel. Halter Richtung. Drei. Zwei. Eins. Und jetzt greifen wir von innen. Von innen. Die Fersen. Greif deine eigenen Fersen. Ja. Beine angewinkelt. Und so. Happy Baby. Happy Baby. Genau. Und versuch da wirklich die Hüfte noch mehr aufzulockern. Noch mehr die Hüfte auflockern. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und jetzt streck die Beine durch. Jetzt ein bisschen pumpen. Bisschen pumpen. Genau. Vier. Drei. Zwei. Eins. Beine. Beine schließen. Mit Schwung aufsetzen. Sehr schön. So. Beine gestreckt. Meine lieben Beine gestreckt. Wir kommen nach vorne. Wir greifen die Zehenspitzen. Wir schaukeln ein bisschen. Genau. Wer die Zehenspitzen nicht erreichen kann. Hände auf die Schienbeine. Ja. Aber ansonsten vorne greifen. Genau. Mach dich schön lang. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Ah. Sehr schön. Wir beuten bitte das linke Bein. Das rechte Bein bleibt gestreckt. Noch das linke Bein beugen. Ja. Ich komme wieder nach vorne. Ich komme nach vorne. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Noch drei. Noch zwei. Eins. Und wir legen jetzt bitte das gebeugte Bein oben drauf auf den rechten Oberschenkel. Und wir kommen wieder nach vorne. Noch vier. Noch vier. Drei. Zwei. Ah. Sehr schön. Wir legen das Bein wieder ab. Ja. Aber es bleibt gebeugt. Und du drehst dich nach hinten auf. Dreh dich nach hinten auf. Mach den Rücken schön auf. Genau. So weit du kannst. So weit du kannst. So weit du kannst. Aufdrehen. 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 Auf 1, super, Beinchen auslocken, wechseln, ich drehe mich nur um, dass ich es besser sehen kann, und wir kommen wieder nach vorne. Ja, und du merkst jetzt, es ist leichter, natürlich, wenn wir es schon zum zweiten Mal machen, dann kommt man weiter nach vorne, genau. Noch 4, 3, 2, 1, sehr schön, jetzt bleibt das linke Bein gestreckt und das rechte Bein schön beugen, komm nach vorne. Sollte es irgendwo ein bisschen knifflig sein, dass es ein bisschen weh tut, im Knie, in der Hüfte, im Fußgelenk, ja, dann vielleicht ein bisschen mehr aufmachen, das klein, ja, aber wenn es geht, die Ferse umso näher beim Schamtein, umso besser, umso mehr das Bein angewinkelt ist, umso besser. Genau. Noch 4, noch 3, 2, 1, und wir legen das rechte Bein auf das linke drauf, und wir kommen wieder nach vorne. Wenn es nicht geht, einfach nur da am Schinbein die Hände drauflegen, aber das Ziel wäre, dass du wirklich nach vorne kommst. Noch in diesem Leben, auslöser es. Manche Übungen schafft man doch. 4, 3, 2, 1, sehr gut. Das Bein am Boden wieder ablegen, und jetzt dreh dich nach hinten, ja, hier zum gebeugten Bein, nach hinten drehen, schön, ja, aufdrehen, aufdrehen, aufdrehen. Ah, ist das gut. Und, ja, das öffnet so richtig schön. 4, 3, 3, 2, 1, jetzt legen wir das Bein oben drauf, und wir kippen das Bein rüber, und rumverrum. Ja, einige haben diese Übung gerade schon gemacht, macht nichts, machst du das zweimal. Ich mache immer zuerst die leichtere Übung, und dann die schwierigerer, aber wenn die leichtere zu leicht ist, kannst du zweimal die Schwere machen. Und dann, ja, noch vier, noch drei, noch zwei, eins. Super. Auslockern. Juhu. Sehr brav. So, weiter, wir kommen in den Schneidersitz. Hier ein bisschen kreisen. Ein bisschen kreisen. Die Säule auflockern, Hüfte auflockern, alles noch. So. Arme nach vorne, und wir kommen vorne runter, der Kante wird mit der Stirn den Boden. Ja, das zieht wunderbar in Popormuskeln. Ich spüre es auch ein bisschen im unteren Rücken. In den Knien spüre ich es nicht, ja, aber es ist bei jedem anders. Ja, es kann auch sein, dass du es in den Knien oder Hüften spürst. Oder im Fußgelenk. Es kann auch sein, dass du gar nichts spürst. Ja, sicher. Super. Okay. Sehr schön. Ja, Beine öffnen. Auslockern die Beine. Ja, und nach vorne kommen. Ja. Noch vier. Noch drei. Zwei. Eins. Sehr schön. Super. Noch einmal, meine lieben, Schneidersitz. Ja. Und jetzt gehen wir die Hände hinten zusammen. Ja. Die Finger ineinander. Hände hinten zusammen. Finger ineinander. Wir versuchen mit der Stirn bis zum Boden zu kommen. Und die Arme hoch zu decken, so hoch du es kannst. Ja. Ich, ja, bei mir, braucht es gar nicht herschauen. Das schaut furchtbar aus. Ich kann das gar nicht. Das ist, das ist, das ist bei mir der Brustmuskel viel zu stark. Von den ewigen Bankdrücken im Fitnessstudio. Und screwed statt. Und jetzt losen. Beat so. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ah. Halleluja. Ja, bei euch schaut das so easy aus. Frisst mich der Leid. So, Beine öffnen, wir legen uns jetzt seitlich drauf, seitlich drauflegen, die andere Hand kommt schön hoch, vier, drei, zwei, eins, wechsel an der Seite, die Übung zum Beispiel ist für mich wiederum so gemütlich, da könnte ich einschlafen in der Position. Also, solltet ihr ein paar Minuten nichts von mir hören, dann bitte sagt es was oder bin ich eingeschlafen, das ist so gemütlich, vier, drei, zwei, eins und einmal noch zur Mitte. Einmal noch zur Mitte, ich versuche die Beine noch weiter zu öffnen und zur Mitte. Vier, drei, zwei, eins. Super. Sehr schön. Hier auch bitte die Fußsohlen zusammen, noch einmal die Hüfte auslockern. Und das ist eine Übung witzigerweise, die kann ich gar nicht so schlecht, obwohl ich das im Schneidersitz nicht schaffe. Jetzt versuchen mit der Stirn die Zehenspitzen zu berühren. Also, da komme ich relativ weit runter, ich reise mich nicht mehr runter. Und ich sehe bei einigen, die vorher im Schneidersitz unten waren, kommen bei der Position nicht ganz so tief runter. Interessant. Das war nämlich heute Vormittag auch. Heute Vormittag oder eine Stunde auch. Die Gabi ist komplett runtergekommen im Schneidersitz, aber in der Position kommt sie nicht runter. Bitte. Das sind sie. Vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Super. Gut. Da hin ein bisschen öffnen, hinten abstürzen. Wir machen die Scheibenwischerbewegung, die Hüfte so ein bisschen auslockern. Vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Wir kommen in den Vierfüßverstand. Schöner Katzenbuchen, schönes Hohlkreuz. Schöner Katzenbuchen, schönes Hohlkreuz. Ein paar Mal noch. Super. Wir setzen uns hinten auf die Fersen drauf. Die, die nicht nach hinten kommen, die stützen sich vorne ab und versuchen nur mit dem Popo nach hinten zu kommen. Einfach schön locker nach hinten kommen, soweit du kannst. Die anderen, die fortgeschrittenen bitte, die versuchen sich hinzulegen. Versuch dich hinzulegen. Ja. So tief du kannst. Genau. Vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr schön. Super. Ach. Komm wieder hoch. Und jetzt bitte das rechte Bein nach vorne. Das rechte Bein nach vorne. Ups. Und wir schieben nach vorne. Schon ganz kraftlos nach dem heutigen Training. Ich habe ja heute für zwei trainieren müssen. Die Lisa nicht da war. Aber ich will sie mit trainieren müssen. Deswegen das doppelte Gewicht heute immer. Ja. Genau. Ja. Das tut gut. Das öffnet den Hüftfall. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und jetzt bleib bitte vorne und heb die Arme hoch. Nach hinten. Nach hinten. Nach hinten. Nach hinten. Vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr schön. Setz dich nach hinten. Fertig. Und vorne das Bein strecken. Das ist eine Erholungsübung. Genau. Die spüren wir schon gar nicht mehr. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Und wir kommen bitte noch einmal nach vorne. Und jetzt heb hinten das Knie hoch. Und dreh dich bitte zum vorderen Bein auf. Ja. Bei mir ist das rechte Bein vorne. Und ich gehe mit der rechten Hand nach oben. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ja. Jetzt gehe ich mit der rechten Hand runter. Von dem hinteren Bein wege ich die Ferse ab. Ja. Also von hier. Ferse ablegen. Ja. Und jetzt komme ich runter in den Korsak. Runter in den Korsak. Genau. So tief du kannst. So tief du kannst. Schön öffnen. 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 Genau. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und jetzt lege ich mein rechtes Knie am Boden ab. Und öffne die Hüfte noch mehr. Ja. Die Hüfte noch mehr öffnen. Die Hüfte noch mehr öffnen. Hüfte noch mehr öffnen. Oh. Und jetzt ein bisschen schaukeln vor und zurück. Juhu. Ab ist fertig. Oh. Das öffnet das Hüftgelenk. Spürst du das auch ein bisschen? Nicht wirklich, gell? Ja. Geh mit dem Knie noch mehr so viel nach außen. Noch mehr nach außen mit dem Knie. Ja. Genau. Genau. Und schön schaukeln. Vier. Drei. Zwei. Eins. Eins. Sehr schön. Und jetzt holen wir das Beinchen nach vorne, das gebeugte, und wir setzen uns hin. Das geht, oder? Ja. Genau. Das schafft sie. Super. Gut. Auslockern die Beinchen. Wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich fertig. Andere Seite noch. Dann sind wir fertig. So. Komm. Nochmal Katzenmupi holen wir jetzt. Vier. Drei. Zwei. Eins. Eins. Linkes Bein nach vorne. Und wir schieben nach vorne. Wir schieben nach vorne. Hüfte schön aufmachen. Vier. Drei. Zwei. Eins. Wir bleiben vorne und wir öffnen den Brustkorb. Lehn dich nach hinten. Ja genau. Wir bleiben vorne und wir öffnen den Brustkorb. Vier. Drei. Zwei. Eins. Boah. Super. Setz dich hinten vor. Juhu. Vorne strecken. Gleich haben wir es. Vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr schön. Komm bitte noch einmal nach vorne. Jetzt ist mein linkes Bein vorne. Ich hebe hinten das rechte Knie hoch. Und linker Arm raus. Aufzudecken. Der linke Arm bitte raufzudecken. Dreh dich auf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ich komme runter. Und vom hinteren Bein die Ferse am Boden. Ja. Und jetzt runter in den Korsaken. Runter in den Korsaken. Ah ist das gut. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und wir legen das gebeugte Knie ab und holen. Und jetzt wieder schön öffnen. Die Hüfte öffnen. Und hier schauen wir. Umso offener, umso mehr spürst du es. Vier. Drei. Zwei. Eins. Wir ziehen das zweite Bein auch heran. So. Jetzt schauen wir mal wozu ich euch trainiere. Stützt dich mit den Zehenspitzen ab. Komm in die Hocke. Ohne Hände. Ja sicher. Aufstehen. Ohne Hände. Na sicher. Ja. Genau. Einatmen. Ausatmen. Beine schließen. Streck dich durch. Und aus. Sehr brav. Sehr cool. Cool. So.